Applaus Guten Abend, hallo, mein Name ist Daniel Boschmann von UFM, herzlich willkommen in der Jahrhunderthalle in Frankfurt zum Music Discovery Project 2013 mit dem HR-Sinfonieorchester, viel Spaß. Applaus War ein bisschen flott, ne? Ja gut, aber warum lange mit Formalitäten aufhalten? Ich sehe Ihnen das doch an. In Ihnen lodert es doch. In Ihnen brennt es doch und da können Sie den Kopf schütteln, solange Sie wollen. Sie haben sich heute auf die Fahne geschrieben, einmal richtig aus dem Rahmen zu fallen. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind in bester Gesellschaft. Das heute Abend wird ein einmaliges Erlebnis. Gut, morgen nochmal, aber dann eben für andere Menschen. Fakt ist, heute Abend ist diese Jahrhunderthalle ausverkauft und Sie sind dabei. Herzlich willkommen. Applaus Der geneigte Sinfonieorchesterbesucher unter Ihnen hat sich schon links und rechts umgesehen und hat sich gedacht, die kommen sonst aber nicht. Aber das ist gut so und ich finde es schön, dass Sie gerade deswegen oder trotzdem gekommen sind, denn das heute Abend wird großartig. Einmal im Jahr lassen wir den Punk raus. Und Sie sind heute dabei. Ich habe da mal ein Symbol. Schauen Sie mal. Rote Socken. Jetzt sagen Sie, gut. Mein Sparkassenberater in Königstein macht das auch schon. Das ist nichts Neues mehr. Aber das Wichtige ist, heute hört sich auch noch alles an. Neu und besonders und toll. Und das gibt es nur beim Music Discovery Project heute in der Jahrhunderthalle. Und Sie sind auf jeden Fall dabei. Das ist das Schöne und ich kann eins vorweg nehmen. Es wird großartig. Heute nämlich trifft klassische Musik auf elektronische Musik und Rap. Ja, lassen Sie Ihren Emotionen freien Lauf, meine Damen und Herren. Wir gehen heute auf eine musikalische Entdeckungsreise. Thema ist heute Gesellschaftstanz. Wenn es am Ende dabei endet, haben wir nichts dagegen. Das heißt, Sie bekommen heute ein ganz tolles Paket aus klassischer Musik und einem großen Projekt. Sie bekommen heute zum Beispiel Tanzrhythmen von Stravinsky, Walzer von Berlioz und natürlich auch Ravelts Bolero. Und elektronische Beats aus der Hauptstadt gibt es obendrauf. Meine Damen und Herren, heute Abend auf dieser Bühne, nur für Sie, die Elektro-Legenden Lexi und Kay Paul. Zusammen mit Jascha, Chefket und Jolly J. Und natürlich, Sie können sich schon hinter mir sehen und ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Sie freuen sich jedes Jahr wie Bolle, dass Sie hier sitzen dürfen. Einmal ein bisschen Rakete. Meine Damen und Herren, das HR-Sinfonieorchester. Über 100 Musiker unter der Leitung von Rossi Luis Gomez. Sie haben Ihre Anwesenheitsberechtigung hart erkämpft. Machen Sie was draus. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Herzlich willkommen. Viel Spaß beim Music Discovery Project 2013. Tschüss. Applaus 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 Untertitelung. BR 2018 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 Wishes, love, wishes, love, ah, 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 ah Wishes, love, wishes, love, it hurts so good Wishes, love, wishes, love, I can't get enough Wishes, love, wishes, love, I can't get enough Wishes, love, wishes, love Wishes, love, wishes, love Wishes, love, 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 Jared, love, happily, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jeden Tag, jeden Tag Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Applaus